Er, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus Ich glaube mal ein herzliches Dankeschön, dass Sie also wirklich sehr zahm umgegangen sind mit unserem Publikum. Und ich hoffe, Sie haben die Geschichte so verstanden. Der weiße Engel in der Mitte, der ist in Ungnade gefallen. Der war der Höllenfall und dann ist er zum schwarzen Engel und zwei Krampusse haben ihn gefangen gehalten. Und wer diese zwei Krampusse gestritten hat, wer der mächtigste ist von den Bösen, konnte der Engel fliegen. Und dann wurden die Dämonen aus der Unterwelt herausgeholt, um ihn zu suchen. Und dann kam der heilige Nikolaus und hat das Ganze besetzt. Und dann kam der Heilige Nikolaus und hat das Ganze besetzt. Und dann kam der Heilige Nikolaus und hat das Ganze besetzt. Und dann kam der Heilige Nikolaus und hat das Ganze besetzt. Dann kam der Heiliger Nikolaus und hat das Ganze besetzt. Und dann kam der Heilige Nikolaus und hat das Ganze besetzt.